Hey Leute, ich bin's, MacPaperick. Ja, wahrscheinlich habt ihr sie auch schon gesehen, diese Lichterketten am Himmel. Es handelt sich dabei um die SpaceX Starlink Satelliten. Und nun ist etwas wirklich unglaubliches passiert. Vor ca. 20 Minuten ist einer von diesen Satelliten in meinem Garten gekracht. Und das muss ich euch natürlich unbedingt zeigen. So, da liegt er nun. Es war so ungefähr vor 20 Minuten. Da ist einmal laut geknallt. Und ich dachte, es war auf der Straße ein Unfall. Und bin dann raus. Und dann lag da der Satellit in meinem Garten. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein, ey. Absolut Wahnsinn. Wäre es ein Unfall gewesen, hätte ich die Polizei gerufen. So habe ich sie jetzt auch gerufen, weil ich absolut keine Ahnung hatte, Ja, wo meldet man sowas eigentlich? Und die haben dann auch gesagt, ich soll jetzt nichts weiter machen. Ich soll auch da nicht näher rangehen oder sowas. Die kommen jetzt gleich vorbei und dann sehen wir erstmal weiter. Aber ja, bevor die kommen, möchte ich mir das dann doch... Ja, die Neugier ist größer. Ich will mir das einfach mal genauer angucken. Das mache ich jetzt mal. Ja. 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 Das habe ich noch nie erlebt oder gesehen. Das ist... Das gibt es doch gar nicht. Also... Was ist das denn jetzt? Hä? Was passiert denn? Der verschwindet. Der ist weg. Das gibt es ja nicht. Ey Leute, was ist denn jetzt hier los? Das ist ja merkwürdig. So ein Satellit kann ja einfach verschwinden. Doch schon. Wenn man sich einen kleinen Spaß erlaubt hat. Und einfach mal so ein Witzvideo nochmal macht. Praktisch nochmal so ein April Scherz zum Ende des Aprils hin. Warum nicht, dachte ich mir. Diese Starlink Videos sind momentan ja sehr gefragt auf meinem Kanal. Und wollte ich mir einfach mal einen kleinen Spaß erlauben. Ich hoffe ihr nehmt es mir nicht übel. Ja. In diesem Sinne. Bleibt gesund. Alles ist hoffentlich bei euch in Ordnung. Ich verabschiede mich. Euer Mac Pavaric.